Musik Sie haben auch eine Möglichkeit, mit so etwas zu kaufen, zusammen mit einem Kaffee, Kaffee oder Kaffee, dass man hat, dann kann man das auch so. Hier ist der Nachlass auch 10 Euro. Die Prices sind 6,000 Euro, 3,000 Euro, 12,000 Euro. Diese kleinen Figuren sind 1,800 Euro. Between 600 Euro und 2,000 Euro. Sieht das kleine, das ist 1,49 Euro. Ja, es ist alles sehr preisig. Wenn Sie etwas kaufen wollen. Hier ist ein Eierbecher, 600 Euro. Das ist ein guter Geld. Hier ist ein Bälle. Die Kandle-Holder. Hier sind die Kandle-Holder. Hier sind die Kandle-Holder. Hier sind die Kandle-Holder. Die Kandle-Holder sind 223, 175, 215 Euro. A Kandle complaints können. Hier sind die Kandle-Holder wie Liter. Schau an diese kleine Figuren, 9000, 9500, 9500, 100,000, okay, getting in the expensive part, let's see, this Fasan, 16,000, what about that little, hmm, 180,000, oh, this likes 12,000, wunderbar. Oh, I think, and this beast, 75,000. This little way is 75,000, alrighty, so build a house, have a good living, or buy some parceling, 56,000, I think, we established everything, and oh, is there a price on here, no, I don't think so, no, can't be a price, because this will be, I think, 500,000. Okay, that's pretty much it, for Remus Adventure, for today, and let's wait for the next adventure. Ciao, ciao, bye, bye. Bye.